Thema 7 – Eine Dienstleistung In meiner heutigen Vorlesung möchte ich einen Service vorstellen, der in meinem Heimatland immer beliebter wird, der Hausbesuch des Arztes. Wenn wir Fieber oder Schmerzen haben, gehen wir normalerweise zum Arzt. Aber manchmal gibt es niemanden, der mich begleiten kann. Manchmal haben wir einfach nicht die Geduld, das Haus zu verlassen. Dann denken wir, wäre es nicht schön, wenn der Arzt nach Hause käme? Einige Organisationen bieten diese Möglichkeit an. Da die meisten von uns mit Jobs, Kindern und anderen Verpflichtungen beschäftigt sind, kommen viele Start-up-Unternehmen auf die Idee, das zu liefern, was wir jederzeit brauchen, medizinische Versorgung zu Hause. Und das Besondere daran ist, dass neben diesen Dienstleistungen auch der Familienarzt gerufen werden kann. Normalerweise gehen wir ins Krankenhaus, wenn wir Fieber, Schmerzen oder etwas anderes haben, das nicht besser wird. Aber zunächst müssen wir einen Arzttermin vereinbaren und eine Weile warten. Dies ist besonders nützlich für ältere Menschen, die unter Gesundheitsproblemen wie hohem Blutdruck und Diabetes leiden, wenn sie keine Begleitung haben und neben der allgemeinen Gesundheitsversorgung auch postoperative Betreuung benötigen. Einige Organisationen schicken neben Allgemeinmedizinern auch Orthopäden nach Hause. Wenn wir alle erforderlichen Informationen über die Apps bereitstellen und einen Termin für eine Beratung vereinbaren, kommt der Arzt innerhalb von zwei bis drei Stunden zu uns nach Hause. Die Ärzte sind täglich von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends für Sie da. Persönlich mag ich diesen Service sehr gerne, weil er viele Vorteile bietet, er spart Zeit und wir müssen uns keine Sorgen machen, uns im Krankenhaus anzustecken. Damit komme ich zum Ende meiner Präsentation und bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ich Ihnen ein paar spannende Einblicke geben konnte.